Hallo zusammen, ich bin mal wieder in Harmonischmoll unterwegs und das ist ein wunderschöner Lauf, hört sich voll nach meinsen an, wenn man es denn auf seinem Tempo könnte, aber wir fangen mal klein an. Habe ich das eigentlich nicht schon mal gepostet? Keine Lust mehr. Also für heute gebe ich es auf. Wenn ihr genauso große Probleme habt oder wenn ihr tolle Fortschritte macht, an denen ihr uns teilhaben lassen wollt, dann schickt uns doch gerne eure Videos. Kontaktdaten und Infos dazu findet ihr in der Kanal-Info auf unserem YouTube-Kanal The Failures. Wir sind sehr gespannt und fänden es mega, wenn ihr uns ein paar Videos schickt für unsere Mitmachwoche. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Üben, also jedenfalls mehr wie mir heute. Und habt einen schönen Sommer. Bis bald. Ciao. Das war ja mal wieder ein Knüller. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like, ringt die Bell und schickt uns eure Videos. Infos dazu findet ihr in unserer Kanal-Info. Und jetzt übel, 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 übel. Und mit Filmen nicht vergessen.